Sei wie der Fluss des Lebens. Überwinde und überspüle und höhle sie aus, deine Hindernisse, ständig und immer wieder. Aber sieh genauer hin. Sind es wirklich Hindernisse? Oder legst du sie dir selbst in den Weg, um nicht so rasch voranschreiten zu können? Überprüfe dies und handle danach und frag dich, warum du das tust. Erlaube dir ein Leben in Leichtigkeit und Freude und sei es dir wert, ein leichtes, unerfülltes Leben zu leben, jeden Tag. Und nicht nur für ein paar Augenblicke, Momente des Alltages. Jederzeit sollst du frei sein, voller Leichtigkeit und Hingabe an das Leben, damit dein Fluss des Lebens frei ist, stark und kraftvoll fließen kann. Jederzeit. Glaube an dich. Und gib dich dem Fluss des Lebens hin. colm, 妳 em ge Blake und Continu перег Ribeati. Der Schuss ist in der Nähe der Hölle Schuss der Bibliothek. Sie opsittert Derminisch, sondern auch in der Hölle im Leichtigkeit und Tra..! Untertitelung des ZDF, 2020